Unterspannung, Unterdeckung oder etwa ein Unterdach? Dieses Online-Seminar wird Sie auf jeden Fall weiterbringen. Stopp! Nicht wegklicken! Denn es ist auch relevant für Sie. Die Empfehlungen des ZVDH gehören zu den anerkannten Regeln der Technik. Das heißt, es ist gar keine Option, ob man diese Empfehlungen umsetzt oder nicht. Das Regelwerk ist sehr sehr umfangreich. Welche regensichernden Zusatzmaßnahmen Sie benötigen, das erfahren Sie in unserem Online-Seminar. Da haben wir für Sie das ZVDH-Regelwerk systematisch, einfach, verständlich zusammengefasst. Nach diesem Online-Seminar werden Sie mühelos wissen, welches Uhr Sie für Ihr Dachprojekt benötigen. Also melden Sie sich an www.proklima.de slash online-seminare Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie! Lровsam mit 27- Britney BR Sens Pause